Hallo und herzlich willkommen zu unserem Getriebeölwechsel-Video. Heute zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihr Getriebeöl von Ihrem Außenborder oder von Ihrem Z-Antrieb wechseln können. Zum Ablassen des Getriebeöls sollte der Außenborder oder der Z-Antrieb einen geraden Stand haben. Wir lösen zuallererst die untere Ablassschraube, danach die obere Entlüftungsschraube. Jetzt kann das Getriebeöl ablaufen. Die Schrauben werden nun mit neuen Dichtungen versehen und die Getriebeölhandpumpe wird an das untere Gewinde angeschlossen. Es wird so lange das Getriebeöl aufgefüllt, bis aus der oberen Entlüftungsschraube das Öl blasenfrei austritt. Zum Schluss wird die obere Getriebeölschraube samt neuen Dichtungen eingesetzt. Danach folgt die untere Schraube. Bis zum Schluss. Bis zum Schluss. Bis zum Schluss.